Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Left 4 Dead 2. Wieder dabei der Smoker-Blinky-Blink-Blink. Jawohl. Und der Ruh-Ruh. Mahlzeit. Ich kann nicht ja auch wie deine Lampe ausschalten. Normalerweise mit F. Oh, F wie Flashlight. Nein, ausschalten für immer, meinte ich, weil ich genau deine Lampe-Misier hatte. Hier gehen wir nicht weiter. Ach, dann gehen wir in den Keuler. Déjà-vu. Déjà-vu. Wollen wir es jetzt nochmal versuchen mit der Witsch, oder? Ach, das schafft man eh nicht, weil wir mit der Rochelle mit euch haben. Ich bin mal wieder im gelben Bereich, na toll. Bist du jetzt schon? Schnauze, du Holbeuhe. Wo ist die hin? Wo ist die hin? Ich hab noch die Explosion-Blink drin. Wir hätten übrigens hier durchgehen können, ne? Scheiße. Lade nach! Schatzartikel! Hier lang. Och Mensch, du hast mich weggeschüppst. Komm her. Upsala. Au! Axtradale! Oh, kopflos! Kopflos habe ich auch. Ich brauch Deckung zum Bordstern und schon habe ich die Zunge um sich. Höpflos habe ich auch. Das ist nicht weggeschön, echt nicht. Oh Mann, pass doch auf! Verdammt! Pass auf, wo du hinziehst! Was soll das denn? Äh, kommt her. Kommt alle. Ja. du bist mich mal heilen so jetzt will ich hier wieder die Reife finden wir haben Waffe wunderbar das wird eine Weile reichen ich fand die so geil die war vielleicht extremst selten um eine Witch wegzuschnipen oh die ist nicht da oh nehm ich doch nehm ich auf die Pelle oh nein 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 ja lieb jungen jungen ich hab trotzdem noch weiter geballert ja man weiß nie ja für die Flinte gibt's nämlich hier vorne noch Munition oh heu kuh Ich muss mich mal heilen, kurz. So. Noch eine Witsch. Lade nach. Sie sind. Lade nach. Lade nach. Oh, ein Defi. Schön. Brauchen wir noch nicht. Könnte ich später vielleicht nützlich machen. Ich nehme mal kurz mit. Wenn du das keine Hobbys hast. No, ich habe eh keine Hobbys. Hu! Autsch! Scheiße, ich habe nie Hobbys. Habt ihr? Nö. Hä, ich habe ihn doch Hobbys? Hä? I don't care. Tod ist tot. Lade. 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 Wie heißt die Hobbys vorher? Äh, da oben ist sie. Da oben. Klar, ich schieße zuerst auf die alte Wunschbombe. Scherzau. Ja. Lade nach, Mann. Verdammt nochmal woanders hin. Hier oben ist irgendwo noch einer. No, Mully. Out of ammo. Lade nach. Aha, endlich. Oder dann kann man Zeit. Wo hat sie alle hier hingelassen? Ich muss ja auch vernachlässchen. Scheiße. Kommt zu. Rob, Muni. Ich auch. Out of ammo. Wo kann der her? Von da hinten? Der hat da in der Ecke gestanden. Bitte der Wand kann der her. Die ist eine Witzstunde. Ach, Sera. Oh, oh, was in die Ruhe? Aua. Entschuldige, ihr wisst. Schnapplern, Schuss. Super, hier gibt's alles. Nur keine Medi-Kids, ey. Jeder schafft die mehr Waffe. Ach, immerhin. Ne, Waffe mit Muni. So, ich nehme mal die dicke Fanone. Lade nach. Oh, ich fände ein Gebrüß. Das ist echt nicht mehr witzig. Diese Zollnizier wollen mich kalt machen. Adrenalinschuss. Ich habe einen Adrenalinschuss. Das nehme ich mir, zeig mal. Also, E-Medipack könnte ich für euch verwenden. Ja, aber die Frage ist nur, wer kriegt's? Ja. Rohro sieht schlimmer aus als du, Van Gogh. Aber Rohro hat Adrenalin. Ich habe auch gerade Adrenalin genommen. Ich habe auch Adrenalin genommen. Ich habe ja die Zunge abgeschossen. Wir müssen ganz hoch. Hier ist der Fahrstuhl. Eieieiei. Aber wenn wir den rufen, kommt die kleine Horte, ne? Ich weiß, deswegen mache ich mir ja Sorgen. Nehmen wir den Aufzug runter zum Feld. Zander, kommst du her? Da kann man sich wenigstens beschützen. Oh, der Witz! Die kommen von unten hochgekackten. Dschungel. Nein, Autsch! Ich habe die eingezündet. Weiß ich nicht. Ich habe es nur zwischengehört. Sag mal, stoppen wollen wir stoppen? Nee, nee. Warum nicht? Ich gucke, wo hier unten die nächste Witches, weil wir müssen da unten lang. Wenn wir uns entgegenkommen, ist es ungesund. Ich höre auch noch irgendwas. Wo ist er? Du siehst sie. Wo? Die kommt nach dem Aufzug jetzt. Bist du aber auch gleich tot, ja? Die Karte hoch! Oh, hatte ich ein Schwein. Keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß nur, dass ich jeden Moment tot bin. Ja. Ich auch. Ich habe auch ein Defi. Cool. Aber geht dann mal ein bisschen weiter weg. Nicht das genau hier in der Ecke, weißt du. Nimm so Pillen. Ich habe Pillen, woher? Die wollte ich den Wanderer geben und nicht hier. Ja, warte mal, wie gebe ich es? Rechte Maus dafür. Das hilft eine Runde. So, wollen wir dann? Müssen wir. Ja, dann, ja, drücken. Ja, wird's gedrückt. Jetzt geht's los. Das ist nicht witzig, echt nicht. Den Gastank da vorne nur benutzen, wenn's nicht anders geht. Müssen wir nachladen. Ach du Scheiße, den leide ich schnell mal nach. Jawoll! Oh, das Ding hat mich genau zum rechten Zeitpunkt gezündet. Ja. Oh, schlusser. Das hat dem Schilder in der Ecke. Ja, rein. Oh, der Zombie hat ein schönes Bein geschossen. Ich habe nur noch fünf, vier HP. Oh. Ich hatte eben nur noch einen, was soll ich denn sagen? Spitter da unten. Oh, gut. Oh, scheiße. Ausdachsweise hat sie aber auch getroffen. Schau, doch mal einen Schluck Kaffee nimm. Krümste kam dazu bei, bei, ne, fordert, Kaffee zu trinken. Ich brauch drühen, es gibt mehr die Peck. Ich hab, ich hab nur einen Defi. Ich hab hier was drin. Super, nur explosive Sachen. Toll. Achtung! Wo? Wo? Ah! Ich hab mich noch einmal angehäte, dieser. Wissen Sie es? Der ist tot. Gott sei Dank, Alter. Oh, oh. Ich stehe schwarz-weiß. Wo müssen wir denn lang? Krater ausschauen. Am besten auf das Rohr und auf dem Rohr und lang. Ich kann sagen, da war noch was mit Rohr, ne? Hm. Richtung Schild, zum Schild! Hier ist noch irgendwo eine Witch. Ich weiß noch nicht wo. Los, fernlang, halt. Licht aus. Die ist ruhig. Oh! Oh! Da ist sie! Geht Richtung Schild! Weiter! Ich wollte grad echt die Achsen nachladen. Alter, ich brauch fliehen. Oh, du musst mich! Pfeife! Schießt mich bloß nie an, Alter. Oh Gott, damit bin ich nicht die Wutze anzuschießen. Schnappen wir schon. Oh, Safe Room! Ey, Arschel. Oh Gott sei Dank, Alter. Okay, auszeit! Hey, halte euch erst mal. Was glaubst du, was ich hier mache? Ich mach jetzt hier Party oder was? Alter! Kann ich mir auch noch Medicaid nehmen? Ja, ja, ja. Nice, ja. Was haben wir denn hier sonst noch? Nehmen Sie es! Scheiße, die coole Waffe ist nicht mehr da. Nein, leider. Und wie halte ich die, wie ich da habe? Mach zu! Ja. So lag dich da! So! Boah! Pfeife! Das war knapp! Jo. Oh, ich hätte ja noch ein Defi erbt. Alter, was? Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Heftig. Nicht übel. Jawohl! One of each other, ja. Live good, live good. Hammer? Jo, das war's dann mal wieder für diese Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Lass uns einen Daumen oder ein Abo da. Und ansonsten viel Spaß! Jo, bis denn. Tschüss!